Ich rufe Tagesordnungspunkt 53 auf, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucks. 19 6058. Es wurde mir mitgeteilt, dass die Fraktion DIE LINKE drei Petitionen getrennt abgestimmt haben möchte. Deshalb lasse ich zuerst abstimmen über die Beschlussempfehlung zur Petition Nr. 35 33 aus 19. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen, die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 90 und FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die Beschlussempfehlung zur Petition Nr. 36 55 aus 19. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 90 und FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die Beschlussempfehlung zur Petition Nr. 39 25 aus 19. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen, die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 90 und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen der SPD und DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann bitte ich Sie, über die Beschlussempfehlung insgesamt zur Petition abzustimmen. Drucksache 19 6058. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen und Berichten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 44. Sind Sie damit einverstanden, dass ich auch hier die Kurzform wieder wähle? Dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Tagesordnungspunkt 44, Drucksache 19 6035 zu Drucksache 19 54 55. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 90 90. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 46, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19 60. Entschuldigung, Herr Schaus. Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst über die Ziffer 1 abstimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Drucksache benannt habe. Ich mache es vorsichtshalber noch einmal. Das ist Drucksache 19 6037 zu Drucksache 19 59 58. Dann lasse ich erst über die 1 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 90 90 90 90. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD und die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist der Punkt 1 angenommen. Dann lasse ich über die 2 abstimmen. Wer ist dafür? Das sind die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 90 90 90 90 90. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD und der SPD. Das ist auch die Beschlussempfehlung angenommen worden. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung in Gänze angenommen. Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6038 zu Drucksache 19, 6002 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 48, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6041 zu Drucksache 19, 4894 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 49, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6042 zu Drucksache 19, 5960 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 50, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6043 zu Drucksache 19, 5989 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN Wer stimmt dagegen? FDP und Wer enthält sich? Fraktionen von SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 51, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6044 zu Drucksache 19, 5846 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6045 zu Drucksache 19, 5992 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? SPD und FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19, 6085 zu Drucksache 19, 5736 Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen, Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE LINKE, SPD und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Das waren die Beschlussempfehlungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich mache Sie noch darauf aufmerksam, dass nun am Ende der Plenarsitzung der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Sitzungsraum 2004 M zusammenkommen. Damit sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.